Ja, ich sag mal, hat sich dann eben auch etabliert, wie man nun mal sieht. Und das Tuso kam da einfach irgendwann dazu. Wie kam dein Name? Ich sag mal, am Anfang, also wie gesagt, erstmal der Charakter Falco, also von wegen der Fasanen. Der erste, den ich in Smash überhaupt gezockt habe, weil da waren wir bei den Freund. Wenn ich an Falco denke, denke ich irgendwie an den Sänger Falco. Den gibt's auch, genau. Genau, habe ich auch öfter gehört. Also es gibt den Sänger Falco, Österreicher, und es gibt auch natürlich den, aber ich meine natürlich auch den Charakter hier in der Hinsicht. Ja, und irgendwann, boah, das ist jetzt aber die Lore, ey. Kennst du Dragonica, Mann? Sagt dir das was? Oder Dragon Nest. So ein RPG, so ein Sidescroller-RPG. Irgendwie in 2012er-Zeiten. Oh, nee, sorry, da bin ich raus, Mann. Das habe ich auf jeden Fall mit einigen Freunden gezockt. Ich brauchte jetzt so einen Tag, weil wir da alle so voll die Weeps waren. Diesmal haben wir so, komm, ich hau jetzt einfach irgendwelche Buchstaben rein, tausche dann ein paar Vokale, und auf einmal kam der Nickname Seyo Tuso raus. Und dann bin ich so, okay, das klingt ja auch wie ein Name. Ja, und da habe ich irgendwann Harster angefangen zu spielen. Und weil ich so denke, so, ja, Blizzard, die Stars, bist du dumm da? Ja, ich mag Falco, Falco Tuso, hatte so ein Ring to it, weißt du? Falco. Ja, und ich sage mal, weil es eben auch mein Battle-Name war, dann kam Overwatch. Und mit Overwatch hat sich dann sehr viel etabliert, bei mir als Spieler zu meinen und am Ende nochmal als Caster. Ja, und da heiße ich halt Falco Tuso, ne? Dann bin ich so, okay, dann ab nach Smash damit. Und jetzt steht es halt eben genau unten. Und ähnlich wie Jumper Candy, ein Nickname, der sich seit, ja, tatsächlich sehr langer Zeit gut bewiesen hat. Ich finde das aber verrückt, wie lange einen der einfach immer beleitet, ne, heutzutage. Ja, ja, das ist krass, ey. Vor allem so, ich kann mir auch vorstellen, ist das so ein OG Jason, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht heißt er ja Jason. Dacht mir so, aber ist er der OG, keine Ahnung, packst du einen OG davor? Aber wenn du einmal einen hast, ne, ich finde, der sollte ja immer bleiben, also auch nicht verändern oder so, weißt du, wie ich meine? Ja, ich kenne viele, die den tatsächlich verändern, einfach aus, ich denke mal, Komfortgründen, so sei ja jedem gegeben, klar. Aber ich sage mal, wenn du jetzt, ja, klassisches Beispiel, so Ente. Sein Tech war einfach nur Ente. Er hat sich jetzt irgendwie Blastertron genannt, weißt du, so, was auch immer mit dir los ist, ich feier's irgendwie. Aber Ente hatte was, Alter, nenne ich ihn als Ente zurück. Also Ente prägt sich zumindest sofort ein, ne? Ja, Ente. Einfach Ente. Weißt du, wen der spielt? Minecraft Steve-Man. Du hast so einen Spieler namens Ente, der haut dann so irgendwie, weißt du, seinen In-Game-Tag irgendwie, was, was ihm was mit Minecraft-Let's-Playern zu tun hat, weißt du? Also, den werden wir später auf jeden Fall auch sehen. Genießen wahrscheinlich auch, aber naja, ohne natürlich zu weit in die Zukunft zu blicken. Jetzt gerade sind wir noch bei OG Jason und Apex und werden wir natürlich auf die Spieler sehen. Also, wir kennen jetzt deren Nicknames, deren Tags, aber wir werden auch gleich deren Energie erleben. Und ich sag mal, es ist sehr, sehr ausgeglichen. Der Favorit hier ist eindeutig OG Jason, also der Linke, der gerade aufgestanden ist. Und man sieht es auch schon, ein bisschen kräftiger gebaut, sehr fitnessaffin, ne? Und zockt einen kleinen Jungen in dem Game. Hat jetzt auch gewonnen bei Steinschere Papier. Ne? Momentum, Mentality, da kommen wir wieder zurück, ne? Dann geht er also gestärkt rein. Ja, ja, es fängt sehr kleinschrittig an. Und ich muss auch sagen, Apex aus NRW hergereist. Zumindest so aus, ja, so Ecke Essen, Ruhrgebiet, sowas in der Art. Dortmund, glaube ich, um genau zu sein, ja. Dortmund? Ja, Dortmund, ja. Und ist ein Lucina-Spieler. Genau, wo Gott. So, und das Ding ist jetzt, ähm, so, ja, klar, Matchup-basiert. Ich glaube nicht, dass wir da wirklich viel on paper sehen werden. Weil Ness Lucina, ja, die einen hat ein Schwert, der andere hat so, ne, ein bisschen so, äh, Tauberei, Energie und sowas. Ähm, aber sowas jetzt die Spieler-Stärke angeht. OG Jason ist ein Spieler, der sehr flashy ist. Der genau weiß, wann er exekutet. Und wir haben es ja bei Yannick so ein bisschen gesehen. OG Jason kann genau das, nur wahrscheinlich doppelt so gut. Dann kann auf jeden Fall gespannt sein, oder? Sehr gefährlicher Spieler. Während Apex tatsächlich ähnlich ist wie, ähm, ja, wie Filch. Denn, äh, Filch hatte ja auch eben, ne, Platz aufgegeben. Ein bisschen kontrollierter Spiel, langsamer. Doch Apex hier wird wahrscheinlich eben so, ja, sagen, okay, so wirklicher Playmaker bin ich nicht. Ich bin mehr so der, der so die Übersicht haben möchte, ne? Also wie Yannick, ja, so. Genau, ja, ja, weil Yannick würde ich sagen, Yannick hat so ein Mischung aus beiden, würde ich sagen. Also Yannick hat ja sowohl eben die Übersicht, als auch die Aggression am Ende nochmal. Ja, stimmt. Und Filch ist ganz klar für Defensive gegangen, was nicht geklappt hat. Und jetzt, ne, sehen wir es auch schon, ne, OG Jason auf dem Ness, Apex auf der Lucina. Wir fangen auf der mit kleinsten Stage im ganzen Game an. Sehr frühe Kills wird es geben und, äh, Combo-Games galore. Und, oh, da sehen wir es auch schon, ne. Jump rausgeholt, Lucina kann dagegen recoveren und da sehen wir schon. Direkt, direkt. Der Stage hat er. Oh mein Gott! Ne, ich hab dir nicht so viel versprochen. Keine 20 Sekunden sind weg und der Jason ist am Fetzen. Ne, direkt nochmal an der Ledge halten, alles gecovert und, äh, ja, da sieht man auch schon, ne. Wenn du ein Spieler bist, der viel auf Übersicht und Defensive geht, da kannst du überrannt werden. Da kannst du weggestürmt werden. Und, äh, ne, auch hier wieder, ne, 63 Prozent, schon wieder behind. Das Game ist nicht mal ne Minute alt und der Apex könnte schon seinen zweiten Stock verlieren. Das war stark. Falsch gegessen, leider. Die Recovery war diesmal hoch angesetzt und, äh, ja, jetzt, äh, da sieht man schon Apex. So, wow, was war da denn los? Ja, jetzt wird er auch mal gemacht. So, ja, vor mir, okay. Ähm, ne, Controller ist da. Controller auch. Da ist der Konter. Trifft nicht ganz, aber delayed Ness ein bisschen in seiner Recovery. Verkürzt die Distanz, also, deswegen trotzdem schöne Conversion hier von Apex. Und, äh, ja, das Combo-Game ist da, der Damage ist da, ist ein Matchup, wo sich Ness natürlicherweise schwer tut. Und OG Jason, äh, Flash hier am Anfang und jetzt auf einmal etwas nachgelassen. Uh. Okay. Kommt da wieder zurück, Jason. Kommt da wieder zurück. Nein, nicht noch wieder. Ja, ja, weiß ja auch schon, weiß auch schon. Ja, ja. Ähm, aber, na gut, kann mal passieren. Trotzdem, durch alles, was jetzt letzte Minute passiert ist, hat er sich einen, ja, ich sag mal, einen an den Baden Defizit erspielt. Hast du damit gerechnet, dass, äh, Jason jetzt hier so durchgeht? Ähm, am Anfang ja, auf jeden Fall. Weil, er ist halt dieser starke Combo-Spieler. Er ist derjenige, der weiß, wie er executet, aber dass er das Game jetzt nochmal verliert, und zumindest die Kontrolle des Games verliert, da muss ich Apex zusprechen. Okay, hab mich da auch ein bisschen überrascht, aber spricht natürlich eben für den Dortmunder Repräsentant. Da ist er, Jason, auf jeden Fall, er ist auf Gewalt aus, was wir machen. Nein, waren wir doch mal, oder? Ja, oh, okay, Jason, hier, das ist er weg. Ja, Jason ist eins. Ja, so langsam wendet sich auf das Blatt, und, uh, natürlich viel zu viel Movement hier. Apex versucht dann wieder zurück an die Stage zu kommen, am liebsten natürlich mit einem Counter-Hit. Und, uh, okay, das ist ein Anfang, fair, in Grapplein, ab, ja, schön gesehen. Schöner Raid, findet aber nicht den Anschluss, Jason. Ne, wir wissen, dass er flashy ist, aber das sind so Momente, wo er erst recht performen sollte. Fährliche Situation. Ah, Apex out, aber kommt zurück. Ja, Apex out, killt noch nicht ganz, aber, ne, da sieht man auch schon. Aber, 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 warst du auch bei Jason momentan? Ja, ja. Okay, auch wieder Ledgehead. Lässt er ihn zurück an die Stage? Nein, diesmal nicht, Apex-Menschen wird auch reichen. Schön gegessen, schön reagiert auch, und, uh, ich sag mal, OG Jason als Gewinner des ersten Games, das war, ja, so ein bisschen unsere Prediction, aber, dass es so ein bisschen knapper wird, tatsächlich unerwartet. Er hat ja ordentlich Power gemacht. Ja, ja, Druck gemacht. Ja, dann hat er sich durchgehauen, bam. Wie würdest du das in FIFA-Terms beschreiben, denn, so, was wäre da so ein Vergleich? Keine Ahnung, du fängst mit Anschluss an, zischst durch und haust dir da so ein 20-Sekunden-Tor rein? Ja, ich würde sagen, 1-0 in FIFA ist nicht viel. Ja, ja, okay, das stimmt, das stimmt. In FIFA ist es... Und weil es in den ersten paar Sekunden passiert, würde ich sagen, okay, man hat noch genug Zeit, das Spiel zu drehen. Ja, aber wir reden hier natürlich von Smash Bros und nicht vergleichbar. Und ich finde, ja, mega spannend, teilsam auf jeden Fall auch und freut mich auf jeden Fall. Die lassen sich jetzt so wenig Zeit, sie haben kaum Pause inzwischen in den Games gehabt. Die haben gesagt, selbe Stage, selbe Charaktere direkt nochmal rein, frisch bleiben im Hirn. Und was ist so deine Bewertung dazu? Ist da etwas, was vielleicht, ja, inwiefern das eine gute Idee ist, aber wo das vielleicht auch nicht so gut sein könnte? Also, wenn ich aus meiner alten Zeit zurückdenke, dann war ich auch immer derjenige, der einfach sofort wieder starten wollte, weil ich hatte Angst sonst irgendwie so, ja, man hat ja angefangen, und auch wenn du verloren hast vielleicht, aber man wollte halt irgendwie so in diesen Flow, wo jemand drin ist, die so rauskommt, ne? Genau, genau. Und, ja, man konzentriert sich auch irgendwie darauf. Und deswegen würde ich vorschlagen, immer direkt zu starten, aber es ist vielleicht dann auch spielerbendig. Ja, ich habe nämlich das Gefühl, dass einerseits, gut, dass du den Flow erwähnt hast, weil das braucht ja Apex, vor allem in so einem knappen Game, wo es ja wirklich für beide hätte ausgehen können. Ich muss dann aber auch sagen, auch wenn Apex jetzt erhättet, durch den ganzen Stock, durch diesen Flügelpick, den wir da gesehen haben, ich habe das Gefühl, dass die Stage trotzdem nicht so leicht auszuspielen ist, und OJ Jason da eventuell, was nochmal Stock verloren hat, worauf ich hinaus möchte, ist eben, weil du so schnell ins nächste Game gehst, könntest du vielleicht eben so Schlüsselpunkte vergessen, so, ja, warum habe ich das zum Fass gewonnen, warum habe ich denn jetzt OJ Jason hitten können, da denkst du schon gar nicht mehr nach, du bleibst in der Materie drin. Heute gut tut auch schlecht sein. Oh, der Kicker ist auf jeden Fall. So, okay, gibt da so Routerskicks, oder? Ja, ja. Also, er hat mir mal ein wilder Junge, der ist, ne? Er hat auch Charakter seines Spiels, und er zeigt auch, warum Baseballschläger, Routerskicks, der Mann ist wie Chuck. Ist das so trotz, aber starker Lead für Apex, kann nochmal recoveren, sehr schneller Dolphin Slash, und, uh, mit dem Dragdown findet nicht den Anschluss mit dem Grab, und, äh, ja, ich sag mal, die Defensive von Apex lässt sich bisher, ja, spürbar machen. Crash auch da, das ist jetzt ein bisschen Overshoot von Apex, so langsam, genau, da hat er jetzt eben den Pick, genau so wieder Landing Aerials, OJ Jason, tut sich jetzt sehr schwer, und diesen explosiven Ness, den wir am Anfang gesehen haben, der ist gerade ein bisschen versteckt. Eine Apex liegt ja auch zurück, der muss auf jeden Fall gewinnen. Ja. Das zeigt er ja auch gerade, aber jetzt ist er natürlich, äh, gerade noch Vorteil. Ja. Weil der kleine Junge wirbt, ist einfach sein Jojo. Genau, Jojo, Spaceballschläger, der hat alles, ganzes Arsenal an Waffen, und hat sich jetzt vor allem eben ein sehr even-game gezaubert, trotzdem, ne? Aber erstes Game war der OJ Jason am Anfang explosiv, vielleicht könnte es ja auch jetzt sein, im letzten Stock, okay, Panikoption von Apex Trader, das Game geht ihm ein bisschen zu schnell, die Defensive bröckelt, Jason kriegt Hit für Hit für Hit, Early Hits, findet aber jetzt nicht die AP, ne? Am Anfang war es wild, diesmal aber etwas vorsichtiger, schöner AP, Counter-Hit, McCurry erstmal auf Seiten von Jason, schafft es auch noch, kriegt sogar einen Counter-Hit da, und das Game verschnellert sich drastisch, Kenny. Ja, Jason auf jeden Fall, Montan sieht er noch sehr fixiert aus, und der Apex hier auf der linken Seite und in der Facecam, ja, sieht auf jeden Fall, dass er... Da ist es, okay, cool, okay, und da haben wir jetzt den Momentum-Swing-Up, ne? Der Jason, wie wir den eigentlich kennen, und da natürlich jetzt, bevor wir in das Game 3 gehen, so ein kleiner Lorbit, ne, so jetzt über die beiden Spieler. So, wir haben ja schon gesagt, Apex ist so der typische, ja, ich sag mal so mittleres Level, ne, verliert jetzt nicht gegen deutlich schwächere, gewinnt aber auch nicht gegen... Also, er gewinnt gegen keinen, der stärker ist als er, eigentlich. O.J. Jason könnte ein First sein. O.J. Jason nämlich, aber auch einen. Aber es gibt ja noch ein Drittes, ne? Es gibt auch ein Drittes, genau. Genau das. Und ich sag mal, was O.J. Jason stark macht, ist, ne, was wir gerade gesehen haben, sehr explosiv, nicht immer konsistent, und er ist auch einer, bei dem man sich denkt, ja, eigentlich ist das ein Spieler, der sollte weit im Turnier kommen. Eigentlich. Aber, ne, genau, 2-0. Stimmt, weil ja, 2-0 Apex hat das ja nicht geholt am Anfang. Oh. Genau, also win for J. Jason. Ja, okay. So, aber, ne, passt ja eigentlich. Die Relative pusht sich ja dadurch, dass Apex jetzt in Loser-Side gegen wahrscheinlich schwächere Gegner spielen muss, gegen die er gewinnt. Sobald aber der Erste kommt, der stärker ist als er, keine Chance. Also, da verliert Apex meistens, muss sich jetzt in dem Turnier also selber beweisen, selber überraschen, während der Jason jetzt erstmal die Runde weiterkommt, gegen Gewinner von Muk und Pineapple spielt. Also, wahrscheinlich, off-stream werden wir OJ Jason gegen Muk haben. Kontext zu Muk, der Niederländer, einer der Tops aus seinem Lande. Auch wieder so ein Gatekeeper, ne. Das heißt, Jason, er curst sich selber so ein bisschen im Bracket. Man denkt immer, ja, der ist krass. Aber dann verliert er immer sehr früh. Also, der kommt gar nicht erst wirklich auf die große Bühne. Deswegen könnte sich hier jetzt was ändern. So ein Win gegen eine Samus wäre auf jeden Fall schmackhaft, aber ist nichts, was wir zumindest covern werden. Wer ist denn so dein Favorit heute hier bei Osnabrück, beim Turnier? Hast du da einen? Absolut, also ganz oben, der Tarek, der ist Nummer 1. Genau, der spielt, ich weiß nicht, ob Kasuja Mishima-D was sagt. Tekken-Charakter ist das. Ja, ja, Tekken, ja, genau. Und genauso wie ein Tekken, ziemlich kombo-affin, ziemlich explosiv. Und ich sag mal, Tarek ist ein Spieler, der mit dem Kasuja auf jeden Fall, also, der ist europaweite Klasse. Also, der Mann ist auch Nummer 1 in Deutschland aktuell. Ah, ich wollte gerade sagen, ist auch der Deutsche, ne? Genau, ist die Deutsche Number 1. Und ich denke mal, in Pools sowieso keine Probleme. Wird jetzt wahrscheinlich auch Vogel erstmal ins Losers kicken, außer der Vogel zeigt uns da, was Sache ist. Ja, und sonst, weitere Favoriten sind auch immer da. Hier sind ja auch viele aus Holland angereist heute. Und man eigentlich da einmal auch einen Unterschied vom Spiel her, zwischen deutschen Spieler und holländischen Spieler. Also, ja, kann man so beschreiben. Also, sind die mehr aggressiv, ein bisschen mehr zurückhaltender? Oder wie ist das da? Ich würde sagen, die Niederlande ist im Thema Aggression etwas passiv-aggressiver. Also, die Spieler sind sehr methodisch. Die sind sehr schlau. Und das zeigen sie auch. Es sind natürlich auch welche, die sich gerne überwältigen lassen, von den zwei Spielen aggressiveren Franzosen. Die Franzosen sind dafür bekannt, dass sie, also Advantage State, sobald sie einmal in den Vorteil kommen, die lassen das nicht aus den Augen. Wir haben es ja vielleicht auch gesehen, auch im Fußball, im Nationalthemen, sobald die einmal vorne sind, so ein Command-Bappé, die ziehen durch. Und in Smash-Welt ist es ja ähnlich, was ich sehr interessant finde, weil es so die Mentalität in ganz anderen Medien widerspiegelt. Und ich sage mal, wenn ich jetzt an Niederlande denke, auch da, denke ich mir so, ja, sehr konsistent, stabil durch und durch. Aber jetzt nichts, wo du dir so denkst, ey, das ragt komplett heraus, also aus der heutigen Zeit. Wenn jetzt natürlich jetzt so Niederlande, Ecke 2.12, 2.10 denken, natürlich ein anderes Thema, da hatten wir nochmal heftig viel. Jetzt heutzutage, wie gesagt, sehr starke Mentality, starke Spieler. Und in Smash ist es sehr ähnlich, ja. So die aktuellen Besten sind da alles auch Player, die siehst du immer wieder, eigentlich an denselben Momenten. Also Improven krass, werden tendenziell besser, aber fallen auch nicht ab. Und da haben wir auch schon gesagt, genau, das nächste Match, Tails gegen Pat Goodguy und zwei, ich würde sagen, Community-Figuren eigentlich auch, also natürlich auch Competitor. Als kleiner Kontext, Tails, die ist nämlich aus Bremen, Hannover jetzt auch heute. Und was sie ausmacht, ist zum einen damals Commentary in Smash 4, in dem Vorteil. Und vor allem jetzt auch gerade Competitor-mäßig so ein bisschen Pause gemacht, zwischendrin, aber jetzt wieder Motivation bekommen, spielt auch eben Pirate Mithra, wie wir sie auch Aegis nennen, auch ein DLC-Charakter. Während der Pat sehr Fighting-Game-affiner Gigachat ist eigentlich so. Also ist nicht nur natürlich auch mein Casting-Partner auch immer gewesen und auch CGN-Partner nach wie vor. Er ist genauso eben auch einer, der sehr gerne streamt. Street Fighter zockt, Tekken zockt. Also in Smash, Mr. Fighting-Game. Ich finde, da ist auch keiner, der dem irgendwie, also er steht keinem nach, würde ich sagen. Der macht es öffentlich. Der liebt Fighting-Games, der liebt Smash natürlich auch. Hat natürlich auch richtig starke Picks, ob wir jetzt hier den Mega-Man sehen werden oder vielleicht doch etwas Spiciges in Richtung Fox, sei noch dahingestellt. Aber ich würde sagen, dieses Match-Up zwischen den beiden ist, ja, ist krass. Aber würdest du sagen, wenn man richtig krass in Tekken unterwegs war, dann hat man auf jeden Fall auch potenziell in Smash Bros. so leicht nach oben zu kommen oder sagst du die beiden so, das eine kannst du mit dem anderen erst mal nicht vergleichen, außer dass natürlich zwei Leute aufeinander einprügeln. Weil mit dem Base-Auschläger, weil nicht. Ja genau, mit dem Yo-Yo. Mit dem Yo-Yo. Waffe-Arsenal. Ja, ich würde sagen, Smash in Tekken übersetzt sich sehr viel besser als umgekehrt. Denn einerseits musst du ja bedenken, Smash ist ja das Party-Game, wie wir ja kennen, ist ein Plattform-Fighter. Also du hast halt eben, du hast ja auch Tekken mal geguckt, so dieses sehr dicht aneinander, sehr kurze Steps, kleines Movement, sehr combo-basiert. In Smash hast du eben auch dieses combo-basierte, auch dieses Step-on-Step, aber du bewegst dich in sehr vielen größeren, also du bewegst dich teilweise in Parabeln durch die Stage, während du in Tekken halt kaum, also geradezu einen Jump hast. Das heißt, da ist nochmal das Micro-Management, nochmal was Eigenes. Allerdings in Smash, du lernst ja trotzdem das ganze Fighting-Game-Lingo. Du lernst, du hast Ressourcen. Dadurch, dass sehr viele dieses Spiel spielen, hast du einige Gesprächspartner, wodurch du dich nicht nur wohlfühlst in eben diesem 1v1-Environment, sondern auch mental ziemlich gut Erfahrung sammelst. Das heißt, die meisten Smasher, die dann sowas wie Tekken spielen, gut, Tekken ist ein sehr kompliziertes Fighting-Game, da ist es natürlich mechanisch sehr schwer, aber ein ganz prominentes Beispiel war ja hier Guilty Gear, sagt ihr wahrscheinlich was? Guilty Gear Strife. Ja. So ein Anime-Fighter ist es ein bisschen. Oder hier Dragon Ball, Dragon Ball FighterZ. Ja, 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 Dragon Ball. Genau. Sehr viele Smasher, die dann Dragon Ball FighterZ gespielt haben, waren unfassbar erfolgreich, einfach weil sie schon Decision-Making, das haben sie schon alles. Das heißt, du gibst ihnen ein Spiel, was mechanisch vergleichsweise einfacher ist, als der Smasher in Tekken, und sie performen. Einfach weil sie wissen, okay, wie kann ich meinen Gegner ausspielen? Wie kann ich meinen Gegner wirklich, ja, fast schon ausnutzen? So, weißt du, einfach um den Sieg sich zu snacken. Weil wir haben ja gerade gesehen, Smash ist sehr fast-paced, sehr tiefgründig auch schon. Und ich sag mal, wenn du in Smash wirklich was drauf hast und ein sehr konsistentes Level behältst, dann nimmst du das Knowledge auch mit. Und das kannst du überall anders rein implementieren. Ja, auf jeden Fall für die Leute, die vorhaben, das zu spielen, sehr gute Infos. Es gibt so viele Bock auf Smash haben auch. So viele Dragon Ball FighterZ, Soccer, Tekken-Spieler, die haben das Gefühl, ja, die haben Bock in Smash gut zu werden. Weil man muss schon sagen, Smash ist halt wirklich, also echt schon ein sehr sickes Game. Nicht zuletzt wegen den Charakteren, Mann. Und ich wollte gerade sagen, also wenn man natürlich hier oben auf der Stage am Spielen ist, ist das natürlich immer noch was anderes als unten. Ja, Mann. Deswegen bin ich gespannt, wie die zwei Neuen hier gleich sich präsentieren werden. Die rechte Seite war auf jeden Fall sehr entspannt, bis eben gerade noch mit dem Handy zugegangen. Ja, safe, safe. Jetzt kommst du zum Stage Draft und genau, da kann ich dir auch erzählen, wir haben ja verschiedene Stages gesehen und da hast du am Anfang ja so ein Pick-und-Bann-System. Wie ist denn League of Legends Charaktere sind? Ja, genau. Sind es hier die Stages und da kann ich dir natürlich sagen, jetzt aus meiner Erfahrung, sehr viele Spieler haben meist nicht wirklich Ahnung, was sie spielen wollen. Also dieses, es ist so, okay, mein Charakter ist gut auf der Stage, dein Charakter ist gut auf der Stage. Ist das denn wirklich so? Also beeinflusst die Stage wirklich den Charakter auch? Ja. Ja? Okay. Also bestes Beispiel, jetzt gerade haben wir auf einer sehr kleinen Stage gespielt. So angenommen, du bist jetzt ein sehr defensiver Charakter. Dann hast du auf, erinnerst du dich an die grüne Stage, Pokémon Z2, das allererste, ist sehr weitläufig, sehr groß, die größte Stage. Und das heißt, im Draft mit einem Pokémon Z2 sagst du, okay, ich möchte die Option haben, nach hinten zu rücken und sehr viel Platz auf der Stage zu haben. Während Smashville, das was wir gerade gesehen haben, sehr klaustrophobisch wahrscheinlich ist. Du hast ja, eine Plattform ist eingeschlossen, da geht es halt dicht an dicht, weißt du, Face to Face. Ja. Und das beeinflusst auch so ein bisschen das Tempo sowie aber auch den Charakter, weil es hier sehr viele Charaktere in Ultimate gibt, die zum Beispiel nur Close Range haben, können sehr schlecht approachen, haben kaum Projektile, sind also sehr abhängig davon, eine kleine Stage zu spielen oder eine, auf der sie movementmäßig arbeiten können. Kann man für jeden Fall auch gespannt sein. Und natürlich geht es auch direkt rein. Hollow Bashen, auch hier wieder eine Stage, die wir vorher gesehen haben. Ähnlich wie Smashville, mit einer Plattform und etwas weitläufiger am Boden. Ist auch neu dazugekommen, war Vanilla nicht drin. Und ja, natürlich auch etwas, wo die Mythra, in dem Fall oder Aegis, die von Tails gespielt werden, ziemlich stark sind für Fox, aber auch ähnlich. Sehr fast paced, auch hier wieder Face to Face, kann defensiv spielen, aber ist halt eine Glaskanone. Möchte halt rein, möchte schnell Kills holen und da ist Cut auf jeden Fall ziemlich gut dabei bisher. Ja, der holt ja immer seinen Kicks raus. Ja. Den fixen Fuchse, mit dem Metallbein, und weg, ne? Falls ihr Star Fox kennt. Oh! Aber auch, ja, Metallbein hinterher ist trotzdem leichtgewicht und so eine Pyra, sobald er der Switch kommt, die fetzt nicht weg, ey. Da kannst du auch 30% haben, muss Angst um dein Leben haben, auf Stage. Der ist auf jeden Fall aggressiv, die Grad. Sehr viel Muffer. Guck mal, man sieht auch schon, der lurkt auch schon, der Part macht das genau richtig, sobald da Tails eben über ihm ist, erst mal gucken, reagieren, schauen, das Movement aus, das die Stärken des Charakters ausnutzen und hier nochmal mit einer AP, wunderschön executed das Game. Nicht so ganz even gemacht, einfach weil der Base Damage von Miss War hier nochmal God's Work macht, aber trotzdem, zwei Stocks, beide, sehr vieles kann noch passieren, Jenny. Jenny, Kenny. Der Jumper Kenny, auch Jenny genannt, aber Apologies. Aber ja, Jenny, was sagst du zum Team, was sagst du zum Spiel selber? Boah, ich weiß nicht, Luisa, also, also, ich weiß nicht, du kannst mich auch Andrea nennen, sonst ist sie Andrea, ihr oder Falka. Perfekt. Aber, ich kann nicht beruhigen, dass ich schon immer öfter vorgekommen. Aber kann ich sehen, kann ich sehen. Ja, alles gut. Ja, wunderschön. Und ja, genauso wunderschön ist auch der Lied erstmal, der sich Tails aufgebaut hat. Ziemlich saftigen Stock gezogen und jetzt sehr prozentmäßig, sehr ähnlich, aber natürlich kann sich Tails so ein bisschen aufruhen auf eben dieses Stock Lied. Ah, sehr schönes Wurfend. Macht das Putt eben auch schwierig, den Anschluss mit Falks zu finden. Das war sehr krass. Ja, Pat auf jeden Fall sehr vorsichtig, aber der macht das gut. Ja. Alter, ja. Wer traut sich. Ja, so ein bisschen Erfahrung testen. Vorher gesagt, ja, okay, so möchtest du da ran, aber wenn du mistimest, das ist doch kacke für dich aussehen. Also, auch da wieder ein bisschen chillig bleiben, hier auf Seiten von Cut, ein bisschen Informationen sammeln und so exklusiv wie er am Anfang auch war, ist er jetzt derjenige, der weglaufen muss. Der kommt da raus. Der kommt da raus und da natürlich mit dem Momentum nach rechts. Das heißt, in dem Game du hast auch so was wie die Eye, wie man es gerne nennt, also Directional Influence, von wegen, du wirst gehittet und du kannst mit der Richtung, die du im Control-Stick angibst, nochmal entscheiden, ob du tendenziell in die Richtung fliegst oder in die. Heißt also, wenn du nach rechts geschleudert wirst, möchtest du den Stick nach links halten. Ja. Problem ist aber, wenn du schon am Fliehen warst, hier der Pat zum Beispiel in der Luft, er hat schon nach rechts gehalten, wird dann gehittet und dann kannst du halt nicht schnell genug umswitchen. Das heißt, er ist hier sehr viel früher gestorben als nötig und er wäre auch nicht gestorben, wenn das die Eye richtig wäre, aber das sind so sehr rare Momente, da wirst du halt auf Guard erwischt mit dem Die Eye. Da kann man das dem Spiel auch nicht zu übel nehmen. Im Gegenteil, ich würde sagen, der hatte einen sehr starken ersten Stock geleistet, aber Tails war da immer, ja, ich sag mal, einen Schritt voraus. Also der hat das gut gemacht, Pat. Und ja, wir können gespannt sein, was Tails auf jeden Fall verändern wird, weil er muss ja jetzt hier auf jeden Fall die nächste Runde holen, um halt in den Best-O-Suite zu starten. So vor allem was bei Tails, was sie auch eben stark macht, ist nicht zuletzt Momentum, Tempo, aber auch eben das Knowledge. Also zu wissen, okay, zu wissen, wie Fox funktioniert und dadurch, dass sie eben auch aus Niedersachsen kommt, Niedersachsen ist eine Community, die ich sag mal, keine wirkliche P-Cut, also ist jetzt keinen so richtig starken, starken Spieler aktuell, aber sehr dicht. Also sehr viel Competition, sehr viel Practice und haben auch einen Fox-Spieler namens JNK, von daher Erfahrung in dem Match-Up ist gegeben, während des bei Pat, da weiß ich noch nicht so genau, wie es aussieht. Also ich denke mal, Aegis ist ihm auch nicht ganz fremd, was wir jetzt wahrscheinlich auch sehen werden mit dem Draft. Etwas spät ins Game eingestiegen, Megaman schon jetzt reinkassiert und da freut es mich natürlich auch, diese Megaman zu sehen, ist der Charakter, wodurch Pat sowohl als Streamer als auch eben als Spieler sehr beliebt und bekannt wurde. Ja, wer kennt Megaman nicht von früher? Ja, aber ein Super-Fighting-Robot hier, der Fettzwein, der hat ein ganzes Arsenal, wir haben jetzt schon gesehen, der Mann, der hat Metal Blade, Leaf Shield, Alter, das ist der Endgame-Megaman, der hat schon alle Bosse besiegt, doch jetzt der nächste Boss ist eben die Aegis aus die New Blade, gesteuert von Not Other Than Tails und ich sag mal bisher, movementmäßig auch hier auf Small Battlefield, sehr unfortunate natürlich hier mit der Metal Blade, trotzdem auch erneut Tails schütt voraus und findet die sagenumwobene Backyard. Ja, kassiert da ein bisschen Damage, aber trotzdem, das ist Pacing, was du mit Megaman so nicht sehen möchtest, trotz dessen, 74% Megaman ist sehr gut darin, Kills zu holen, aber zu diesen hohen Prozenten zu kommen, das struggelt er ein bisschen. Okay, Combo-Game hier, bisher noch nicht so ganz im Anschluss, versucht er mit dem Uppercut etwas auszugleichen. All my get up, ein bisschen panicky und so langsam, ich würde nicht sagen, dass Pat nervös wird, aber man sieht, dass er etwas unsicher ist mit den Optionen, vor allem nicht mit den eigenen, aber auch mit dem, was Tails machen möchte. Da heißt es halt nochmal ein bisschen Gameplay-Switch, etwas muss sich jetzt ändern, denn das ist immer noch Matchpoint, darf man nicht vergessen. Der Megaman muss da jetzt performen. Oh, ist das She-Break? Oh, hat kein Glück gehabt. Ja, sehr viel Glück, und da ist das Spiel zum Beispiel sehr viel Glück. Da ist Megaman natürlich stark genug gewesen und ja, aber trotzdem 120 Prozent und Disadvantage ist schwierig mit dem Charakter und ja, okay, kein Take von Tails, nimmt man gerne, sehr schöne Powerbomb und ja, ich mach mal Damage so langsam baute sich auf, so langsam passiert da was, schöner Panisch mit der Metal Blade auch hier. Da ist der Reed, da ist nochmal der Throne, sehen wir da vielleicht, wir sehen die Daune, aber nicht die zweite, Slide Overshoot, die Prozent ist noch nicht hoch genug und Tails, ja, ein bisschen gezittert, aber findet sich trotzdem wieder zurück. Jetzt nur noch gucken, wie man wieder an die Stage kommt, oh, Panic Option hier, kein Panisch, allerdings, und ja, so langsam, das Match wird erneut wieder fast paced, Pat profitiert natürlich davon, von diesem Chaos, aber ein Hit braucht es nur, bis Tails das Game wieder verlangsamt. Mega Man auf jeden Fall noch zurück, also Pat, aber es geht halt ganz schnell. Ja, es geht sehr sehr schnell und ja, die Schicks ist einfach, okay, vielleicht, aber da war die Möglichkeit da, ist nicht mehr der Move, mit dem wir da was aufmerksam sind. Er kommt dran, er kommt dran, Base Damage, perfekt, und auch schön, den Mythra Switch gepunished, Mythra sehr viel leichter vom Gewicht her, als die Pyra, oder etwas weniger Armor, etwas flexibler, und da killt natürlich die Unstailed Forward, ja, Pat, dadurch in einem kleinen Lead, und wir haben schon gesagt, das Game war sehr schnell, Pat profitiert davon, und jetzt darf er es nämlich verlangsamt, Tails muss approachen, damit was passiert ist, ah, der Catch, Max Range findet die AP noch Anschluss, aber trotzdem, even Game, 3 Minuten 37 sind doch da, für beide ein offenes Game. Doch, sehr dicht beieinander, mal 24, 30, ich bin mal gespannt, okay, ja, da ist die Aggression, genau, und dadurch, dass Tails halt eben Nummer 1 gewonnen hat, kommt es halt eben auch zum Matchpoint, und Karten muss das nochmal respektieren, steht da, 0-1 hinten, könnte es aber zu einem 1-1 machen, mit dem Mega Man, und, okay, da ist ein Hit schon mal, genauso, aber auch, da ist ein Back and Fort, also beide fast auf Kill-Prozenten, ein guter Pyra Switch, und schon sieht es schwer aus, für unseren Main Protagonist, eigentlich schon aus seinem eigenen Game, Mega Man ist am Kämpfen, jetzt hat Respekt, der hat Respekt für Pyro ist da, Head oder Tails, wer macht es? Ja, sehr wohl knapp, bei einem heißt es Bundeside, für den anderen, allerdings, eventuell, Loser Side, schöner Drotch, schöner Panisch, Ich appeasche nach dem Tribe, dieser Abtilt hätte gekillt, also der Abtilt hätte gekillt, hat sehr viel Lag, aber auch aus dem guten Grund, okay, ist da auf dem Platz von wieder, oder? Noch keiner kämpfen, noch keiner kämpfen, noch hat er die Plot Armor, aber selbiges gilt er eben auch für die Leaches, ich mag es auch wie Tails das ausspielt, Tails spielt es auch ein bisschen langsamer aus, ehrlich, oder? spielt noch nicht ganz, kommt nochmal zurück, ich mag es auch wie beide, wirklich in Kontrolle bleiben, also keiner wird desperate, keiner overshootet, und ja, jetzt ist allerdings Pat, der den Vorteil hat, kein Setup gefunden, ganz knappe Sache, findet aber sich trotzdem zurück auf der Stage, jetzt wird es aber klappen, Backthrow erneuter Versuch, diesmal connected die Powerbomb, nein, das sollte doch nicht gehen, es geht, es geht, er hat es, sie hat es nochmal geholt, uah, es wird tighter werden, es wird knapp, und das gefällt mir, das ist wirklich etwas, was ich von Pat wirklich sehr gerne sehe, obwohl es Last Hitlers Game ist, der Mann bleibt ruhig, und das hat ihm fast auch nochmal das Game geholt, jetzt leider nicht, aber ich würde sagen, das ist eine Mentality, die Pat mit ins Losers mitnimmt, und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich mit der Gefährlichste, den du jetzt in Losers halt haben kannst. Können wir echt gespannt sein, also das war ein schönes, strammes Match, so ein bisschen geschwitzt, und Tails habe ich schon, gut, dass sie da nochmal, hat man gar nicht gemerkt, aber gar nicht gemerkt, nein, nein, ich sag mal, das sind beide Spiele, die ich total feiere, weil du fieberst ja mit, als unsere Leute auf der Stage, ja, normal, das Ding ist halt, wenn ich das Matchup sehe, ich fieber für beide halt mit, natürlich fieber ich für Pat mit, weil es einerseits ist my boy, weißt du, andererseits, der spielt Megaman, wie kann ich nicht für ihn mitfiebern, und bei Tails ist es halt dieses, ich weiß wie Tails spielt, ich mag es wie Tails spielt, und das ist halt, das war ein Match made in heaven, das war wirklich schön, und das zeigt nochmal, Pat macht etwas, was sehr viele Spieler nicht machen, ruhig bleiben, wenn es zittrig wird, der Mann hatte den, er hatte den Controller fest im Grip, das ist Fighting Game Erfahrung, das ist Mentality, und das ist etwas, was er mitnehmen wird, und da zeigt sich nochmal, Smash übersetzt sich in Fighting Games, Fighting Games natürlich aber auch in Smash, und he got it all, deswegen jetzt erstmal, Loss einstecken, es wird stechen, aber ich hoffe, dass es das Momentum Loser's Run zumindest nicht stoppen wird, was er sich aufbaut kann. Spannend, oder? Tails gegen Tarek, wäre dann auch spannend, oder? Tails gegen Tarek, oder würdest du sagen, da ist das Level jetzt natürlich noch ein bisschen zu gesaßt, ich sag mal, die Differenz, die zeigt sich tatsächlich, und das sagt er nochmal über das deutsche Powerscaling, weil wir haben schon gesehen, Tails, starkes Game, und Tarek ist da nochmal auf so nach Hören, okay, also der ist in Deutschland wirklich die Creme de la Creme, Creme de la Creme, genau, wir haben so die Top 3, Top 5 Deutschland, das sind so alle, die so ein bisschen mit Tarek mithalten können, das Ding ist halt, Tarek, er hat eine Work Ethic, der ist sehr viel am Travelen, europamäßig auch fett unterwegs, ist ein bisschen gecursed, weil er in Europa dazu tendiert, mal einen Neunter zu placen, immer so außerhalb der Top 8, oder auf Majors, kann eigentlich nicht passieren, weil in Deutschland, der Mann ist so am Dominieren, auch im Ausland am Dominieren, in Spanien auch einmal Zweiter geworden, richtig strack, aber so langsam, der möchte dieses Level up haben, und ich habe das Gefühl, dass er jetzt in diesem Turnier nochmal beweisen kann, denn wenn das Turnier eins zeigt, dann ist es, in welche Richtung deutsches Smash Bros gehen wird, denn Anfang des Jahres, das Jahr ist noch jung, Power Ranking fängt noch an, jeder sammelt Punkte, und wir haben ja schon vorher Genesis angesprochen, die Champions League der Smash Szenen, und das motiviert einen, das hypt einen auf, das heißt jetzt, Motivation und Hype haben wir bei jedem Spieler, also auch komplett feierbar, man sieht auch, wie viele hier sind, das Ganze natürlich ist capped, du hast Leute aus Niederlande, du hast Leute aus NRW, und wer hier in dem Turnier performt, in dem aktuell wahrscheinlich most stacked deutschen Turnier, was wir dieses Jahr hatten, bis jetzt, der wird wahrscheinlich auch krass bleiben. Okay, also kann man sagen, ja durch das Event heute hier, was in Osnabrück ausgetragen wird, hier im Haus der Jugend, kann man sagen, wo die Reise auf jeden Fall hingehen wird. Ja, also auf jeden Fall, und das ist halt, ich denke mal, das kennt man aber auch aus anderen Spots, so vor allem, wenn du jetzt in Bracket bist, in der frühen Phase, du hast halt deine zwei Versuche, du hast dein Momentum, aber wenn du halt nochmal krasse Wins nach Hause holst, natürlich fühlst du dich gut dabei, aber dann nimmst du es überhaupt mit. Man könnte auch sagen, du, ich bin hier heute, und ich mache einfach was komplett Neues, das geht auch, experimentiere einfach aus, und vielleicht, ja, fliege ich die erste Runde raus, aber ich habe es halt einfach versucht, oder? Ja, das geht auch, das gefällt mir auch schon, wie laut die Location wird, das sogar. Die Crowd geht auch schon ab langsam, wir nähern uns. Ihr habt es wahrscheinlich nicht gehört im Chat, aber so, wir kennen uns nicht, da saßt du so ab und an, du hörst von der Ecke hinten, ja, da hörst du aus der Ecke links, let's go, so weißt du, dann merkst du schon, okay, im Bracket ist was Wildes passiert. Das sind deine Bros, oder? Ey, alles, alles natürlich, meine Brüder und Schwestern, alle zusammen. Ich sag mal, eines davon, war dann wahrscheinlich auch, die Runde vorher passiert, nämlich, wir sehen hier, wir sehen Jane Kay, wird spielen gegen, gegen Sif, weil, ah, weil der gute Niepen die Qt hat, okay, ganz kurzer Kontext, Niepen ist aus dem Osten, so Ecke Dresden und sowas, auch ein Steve-Spieler, Minecraft-Steve-Spieler, wahrscheinlich so mit, einer der besten Steves in Deutschland. Ist das denn eigentlich immer, bei den Turnieren hier, bei Smash Bros, so, dass die Leute wirklich aus ganz Deutschland anreisen, so, und so wie es heute hier ist, also, jetzt seit kurzem ist es wieder so. Also, wir hatten eine sehr lange Zeit, wo, ja, ich will nicht sagen, reisefaul, weil es halt sehr viele Altmaid-Spieler gibt, die auch sehr viel traveln, aber ich sag mal, es hat sich was getan, also, sehr viele jüngere Spieler, haben jetzt halt eben dieses Feuer, diese Energie, und die haben natürlich auch Bock. Und jetzt sind da welche dabei, aus, ja, so tieferen NRWs, wie nach Horsterbrück auf geht's, du hast einen, die fahren nach Nürnberg, die fahren nach Berlin teilweise, so, und alle, immer dieselben Gruppen. Das freut mich tatsächlich sehr, weil nicht nur werden die Turniere dadurch voll, sondern man hat ein besseres Bild von der Competition. Ja, ich finde aber auch, wenn die, ja, in Gruppen anreisen, das zeigt ja auch, dass innerhalb, ja, vom Smash Bros, die Leute, ja, cool untereinander sind, und einfach auch, das Mehrheitsspiel, ist das halt einfach, du, wir haben ein geiles Wochenende mit coolen Freunden, und wir machen das jetzt einfach mal. Ja, genau das, ich sag mal, ich würde auch sagen, dass unsere Community ist da auch sehr einladend, auch sehr, also, wie gesagt, natürlich auch, kann ich das auch an dich weitergeben, wenn du da sagst, ey, ich hab Bock auf Smash, so, wo fange ich denn an? Du wirst wahrscheinlich überall in Deutschland, ich meine, du kommst ja jetzt erstmal aus der Ecke, aus der Brücke, in der Fall zu der Ecke, du wirst halt Anschluss finden. So, seien es jetzt so kleine Weeklys, wo du so 16 Leute hast, alle am Daddeln, so nach der Arbeit ein bisschen aufentspannt, weißt du, oder jetzt halt solche Turniere, einfach nochmal die Woche nochmal schön, ne, memorable zu gestalten, da findest du rein, und da ist auch egal, wie gesagt, woher du kommst, welches Geschlecht du hast, komplett egal, jeder ist hier, wird wie zu Hause behandelt, jeder wird mit Respekt behandelt, und ist halt nice. Also, wenn ich einen Account hab, ne, ich geb dir meine Login-Daten, und du levelst ein bisschen für mich, okay? Okay? Also, auf Twitter Werbung machen, ich weiß nicht, kann man das auch Smurfen nennen, ich weiß nicht, ich sag mal, Smurfen auf Twitter, werbe auch mal was, weißt du, ich bin dein Ghostwriter, so. Schön, ja, man muss auf jeden Fall Ideen haben, wenn man vorankommen will, oder? normal. So, und dann gucken wir mal einfach kurz ins Bracket, weil die Spieler bereiten sich jetzt nochmal vor, und ich seh auch schon, uh, okay, es ist spicy, sehr spicy sogar, nämlich, hier zum Beispiel, wir sehen Slipknot und Oni, Slipknot, ein Spiel aus Berlin, einer der, also der wahrscheinlich beste Spieler in Berlin, neben Longo, der wahrscheinlich nicht mehr lange in Berlin sein wird, ist jetzt schon in Loser-Zeit, gegen Oni, Oni sagt mir tatsächlich gar nichts, ähm, also so ein, also ist Oni so ein Underdog, das bedeutet, also auf jeden Fall, also der hat hier ein Upset geholt, ein sehr großes Upset, also Slipknot ist einer, den möchtest du nicht in Loser-Zeit haben, das heißt, da wir jetzt nochmal richtig drumher gehen, ähm, selber Oni hat allerdings gegen Luciafer verloren, ein Dr. Mario aus dem Ruhrpott, wär jetzt gedacht, ne, ähm, das heißt, wir haben jetzt einen Luciafer, der als erster sich eine Pizza gesnackt hat, ja, mit einem Dr. Mario, also, besser kannst du nicht gehen, ja, und darüber hinaus, was sehen wir noch, sonst, der Rest ist eigentlich ziemlich, äh, Standard, also hier zum Beispiel Sir John im Bracket, ist ebenfalls dabei, ebenfalls richtig starker Spieler aus NRW, Ecke Köln, Reike ist genauso, Sergio ist ein Biedelfelder Spieler, der ist jetzt auch schon in Losers, also Sergio und Slipknot bisher in Losers, wir haben also Upsets hier im Smash Olymp, und, äh, ja, ich sag mal, kann man schon mal machen, ne, ein bisschen spannend halt, ne, so, genau, Tails, Pat Goodguy hatten wir auch gerade schon, sehr even Match, würde ich sagen, Tails war da natürlich ein bisschen, äh, favorisiert, hat da auch eben Performance in 2.0, ansonsten Solo, genauso, aus, äh, dem tiefen Holland, Filch haben wir schon gesehen, ebenfalls, äh, früher als erwartete Losers, und, ne, wo wir schon bei Losers sind, da geht's natürlich jetzt, äh, komplett einher, also, ne, da wird's natürlich abgehen, weil da ist es halt do or die, wenn du im Losers eben auch nochmal, zwei Games verkackst, dann, dann war's das, dann kannst du, nach Hause fahren, ja, dann kannst du, dann kannst du raus in den Regen gehen, und, äh, vielleicht einen Kaffee besuchen, oder so, I don't know, aber was jetzt hier erst am Besuch wird, ist, äh, ne, Battlefield tatsächlich, auch schon direkt, oder? Jane Kaye gegen Sif, und Sif, oder Sif, sagt mir zumindest erstmal nix, Ridley sagt mir dafür aber ein bisschen mehr. Okay. Ja, nirgst du mal. Ja, nirgst du mal. Ja, nirgst du mal. Ja, nirgst du mal. Genau, nirgst du mal. Äh, genau, mit Ridley haben wir ähnlich wie Fox natürlich auch wieder so einen Combo-Karakter, einen Combo-Karakter, der sehr viel Geschwindigkeit und Pace hat, aber richtig groß ist, also, wenn ein Fox eins feiert, dann ist es das Combo. Wenn du aufgepasst hast, wir haben ja schon bei Pat und Tails gesehen, der Fox, der war mehr so ein Chasen, der konnte nicht so gut kommen, aber hier, Jane Kaye, fast paced, das Gewicht von Ridley auch richtig wenig, also der, wenn er einmal richtig giltet wird, der stirbt unfassbar für sehr squishy, dafür, dass er ziemlich groß ist. So, blauen Fox natürlich sehr fast paced, Jane Kaye ebenfalls aus Niedersachsen, ein Spieler, der ziemlich rapides Improvement genießt, ne? Natürlich, ja, so einen kleinen YouTube-Channel, macht ein bisschen analytical content, hat Spaß damit so, aber jetzt natürlich competition mäßig, der ist in Niedersachsen bestens vorbereitet und auch auf einen Matchup, was man nicht so oft sieht mit dem Ridley, der ist er sich bisher ziemlich guter, ne? Natürlich geht man für den Reed mit dem F-Sash und dann darf man nicht vergessen, Who ist jetzt eigentlich nur da, weil der Niepen die Q hat. Also, ein starker Spieler ist jetzt nicht erschienen bei dem Turnier, deswegen er jetzt den Win bekommen hat, so gesehen. Ah, okay. Genau, dembei. Das heißt, Sif muss sich hier natürlich ein bisschen beweisen, gegen einen starken Spieler wie Jane Kaye, während Jane Kaye hier, ja, ich sag mal, so ganz einfach macht er es sich nicht, aber bisher ziemlich solide Spacing, der spielt safe, also. Ich bin auf jeden Fall klar, hier in Montana. Aber das war jetzt stark gemacht. Sehr stark. Und da sieht man auch schon ein bisschen die Mentalität der zwei Spieler, ne? So, mit dem Fox natürlich Jane Kaye etwas vorsichtiger, safer, also er approached in dem Platz weg, aber er overshootet nicht wirklich. Also, er hält sich da nochmal sehr erwachsen in dem Game und wunderschön nochmal gecatcht. nur nochmal einen und jetzt hat er natürlich nur noch diesen einen. Jep. Mein letzter Stock für den Ridley und, äh, ja, ich sag mal hier, im Kontrast dazu ist das Sif einer, der ein bisschen wild geht, er weiß, okay, es ist schwer, Jane Kaye zu catchen, diesen, diesen sehr nimble, flinken Fox. Also, mal besuchen, ein Read, mal vielleicht ein Down-Trow, App-Smash, mal ein App-Smash-Rein. Problem ist, jetzt bei 63%, könnte es gut aussehen, aber man selber kassiert halt eben auch, schaden wie sonst, wunderschöner Pandus, Jane Kaye hat die Data im Kopf, jetzt ist Ridley erstmal in der Bredouille. Ja, der ist ganz schön im Bedrängnis, kommt da nochmal hoch, kommt da nochmal rein. Ja. Ja. Okay, erlaubt gemogelt, ja. So gerade so, aber auch hier wieder so wenig Platz zum Arbeiten. Ja, wieder raus, ne, die ganze Zeit. Ja, das hat jetzt schon 113. Das war's, das war's. Oh, 1,6, obwohl, ja, doch, da ist der Komma, okay, da kommt der Fall, das war's. Ja, das war's. davor war er tatsächlich schon dead, hat die dann nochmal rausgekickt und ihm ironischerweise das Leben gerettet, nur um es wiederzunehmen, ja. Ja, ich sag mal, Lifesaver into Arch Nemesis, warum auch nicht. Gut, auf jeden Fall hat der, ja, Favorit hier auf jeden Fall das erste Gold. Also, sehr stabiles Game von Jane Kaye. Das ist auch, solche Games sind auch besonders deswegen wichtig, weil du gewinnst und zeigst so wenig von dir. Der hat das Game wirklich Textbook gewonnen. So, Optionen, alle Save, Upsmashes, Backairs, was Fox halt sowieso macht. Er hat nichts gemacht, was so ein bisschen Outlandisches, keine Curveballs geworfen, einfach das Game gespielt. Währenddessen aber der Verlierer, in dem Fall der Sif, der hat gezeigt, okay, so Downthrow, F-Smash, so ein bisschen diese wilden Optionen, die geht er sehr gerne ein und die kann Jane Kaye jetzt auch Outplay. Das heißt, Jane Kaye kann jetzt bei seinem Stil bleiben, braucht eigentlich gar nichts abzuändern, aber hat jetzt nochmal diesen Klick-Moment. Wenn da jetzt was Verrücktes kommt, ist er diesmal drauf vorbereitet. Und Lou weiß dann auch nicht, was er machen wird oder wie er es einsetzen wird. Das ist auf jeden Fall sehr spannend und er hat das sehr klingend gespielt. Ja, genau das. So, jetzt gehen wir auch zu Carlos und auch hier wieder eine sehr viel größere Station. Die Plattform, man sieht auch schon, der war sehr lange in der Bedrängnis. Heißt also, vielleicht könnte diese Plattform ein bisschen helfen mit der Defensive. Ridley natürlich hat dem einen Jump mehr als der Rest des Cars, weil Flügel halt, kann ja fliegen, darf er auch mal ein bisschen Mobility haben. Bedeutet aber auch dafür, dass hier in der Mitte so wenig los ist, viel Fläche für Fox. Viel Fläche sich zu bewegen und auch hier wieder ihn in der Corner zu halten. Disadventisch ist das Problem, aber das lässt sich bisher nicht lösen von Lou und da muss jetzt was on stage passieren. Denn er ist am Anfang, Tankchase, auch hier, verrückte Option, geht dafür eine Zeit wie, Jane Kaye ist bereit für den Punch. Er hat momentan einfach keinen Counter dagegen, ne? Nicht wirklich, ne? Nee, da fehlt ihm irgendwas. Der weiß auch nicht, was er da wirklich machen soll. Dagegen. Ui, 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 ui. Das ist aber auch nirgendwo an der Spieler, ne? Ja, absolut. Also, der zeigt sich das von seinem Bisslicht. Uuu, okay, mit Barry, yo. Hey, der J.K. ist am Kochen, der ist am Kochen, der Mann, Alter. Guck ihn dir an. Ah, der bieb den hoch. Aber endlich mal ein Counter-Hit und nur um sich wieder eben im Disadvention zu finden. Ah, diesmal schöner Skate. Das macht er auf jeden Fall sehr stark hier, da Lou jetzt. Ja, dann noch mit Cover. Oh, wurde schon der Cache. Da muss man auch fast jemand's time. Wenn man's richtig time, da kann man eben mit dem Schweif da nochmal diesen Catch treffen, nochmal Sweetspot, alles den Fox wird da direkt der Chaos gemacht. J.K. lässt sich da natürlich nicht zu sehr davon beeinflussen, ne? Der Ridley ist immer noch in Kielprozenten, ne? So, Ab-Smash von Fox, ne? Der Kickflip, unfassbar schnell, unfassbar gefährlich und da haben wir ihn auch schon, ne? Direkt nochmal, der Fall ist es hier, ne? Oh, und jetzt auf einmal befindet sich Lou eben im letzten Stock. Das Game tendenziell läuft etwas besser, aber hier auch der, ne? Einerseits, es ist schon richtig, was er macht, aber die Execution, die hapert noch ein bisschen und da muss etwas mehr passieren, um eine Chance gegen Jane Kaye seinen Fox zu haben, der einfach nicht aufhört und Schaden für Schaden rausstischt. Er hat einfach keine Möglichkeit gehabt, den, ja, defensiv zu gehen. Ja. Das halt eben das Ding an einer Glaskanone, denn, ne? Sobald er da drin ist, sobald er nicht gehittet wird, ist Jane Kaye derjenige, der komplett das Tempo bei sich hat und, ja, was soll ich sagen? Der Mann möchte eine Pizza haben und wird sich jetzt von Top 32 damit qualifizieren. Auch hier wieder kein Edgeguard von Lou. Lou befindet sich erneut wieder im Distript-Tisch, Uptilt ist da, kein richtiger Guest. Nee, Jane Kaye spielt es wieder ein bisschen sicherer, findet eine Essage nicht. Das Game verschnellert sich allerdings. Lou möchte den Countdown, findet ihn nicht. Jane Kaye ist diejenige, den allerdings findet. Nicht nur das, sondern auch das sehr solide 2-0 und damit auch eine kostenlose Pizza für unseren Niedersachsenen-Represent. Hat er sich auf jeden Fall verdient, der Junge. Safe, natürlich. Ey, das war clean. Also der Mann, der hat sich gefährlich gemacht. Der Mann wird wahrscheinlich auch gegen Tardex spielen, gegen den Champion. Und da meinst du, wird es ein bisschen spannender werden? Also ich sag mal, Jane Kaye ist ein Spieler, der ist eigentlich ein gutes Stück tiefer als Tarek. Jane Kaye ist nicht mal in der Top 20 von Deutschland. Nicht mal in der Top 30 wahrscheinlich. Wobei die Performance, ja, es war gegen einen schwächeren Spieler, aber Jane Kaye hat gezeigt, er ist methodisch, er weiß, was Sache ist und er hat die Execution. vielleicht ist da eine Absatz doch nicht möglich. Ja gut, dann können wir auf jeden Fall gespannt sein. Auf jeden Fall. Ein Stück Pizza essen. Ja, da hat sich das verdient. Auf jeden Fall. Ach nice. Hast du Bock auf Pizza? Hör auf du, klar man. Also welche denn? Ja, ich bin dann eher so, also kommt eigentlich drauf an. Thunfüß finde ich schon cool. Thunfüß, Ja, für unsere Veganer hier im Chat mache ich aber auch gerne einfach mal nur Paprikapilze, sowas ohne Fleisch, ne, ist auch ganz cool. Schu, schu. Und, ja, also. Kann man machen, ne? Also ist auch entspannt. Mir geht es ein bisschen ähnlich wie dir. Ehrlich? So ein bisschen, Pestgetaner bin ich ja. Deswegen so Thunfüß ist auf jeden Fall etwas, was man sich mal gönnen kann. Wobei in letzter Zeit, das ist immer so das Ding, wenn du eine richtig gute Meeresfrüchtepizza hast, dann schallert das aus. Voll geil. Frutti di mare. Frutti di mare, genau. Hab aber das Gefühl, genau so kannst du die Pizza auch voll versauen. Deswegen hoffe ich, dass die Auswahl hier, auch wenn du mal so eine Margarite hast ab und an mal, oder so eine Fungi, weißt du so. Das ballert schon. Das ist schon geil. Hier von Basecom wird die Pizza ja sogar gesponsert. Genau das. Und ich weiß jetzt allerdings nicht woher, dass hier diese geilen Steinofenpizzeln sind auch geil. Einfach aus der Ofenfrische auf Masse gemacht, ey. Das war ich auch komplett. Ohne Scheiße. Also dieses Jahr ist Pizzajahr. Weißt du, das ist halt der Vorgeschmack. Osterbrück. Wer auch Bock auf eine Pizza hat und gar nicht mehr so schreckt in Smashes, der sollte vielleicht beim vierten Smash-Jolim vorbeischauen, den wir wahrscheinlich noch dieses Jahr sehen könnten. Wer weiß. Und ja, ich sag mal, ist natürlich auch hier wieder ein Vorgeschmack. So im Sommer geht es ja wahrscheinlich nach Italien für sehr viele. Icarus, auch wieder ein Turnier. Und da geht es natürlich nochmal die Heimatspizza, die dann nochmal... Aber da werden wir ja nur die Elite sehen, denke ich mal. Ja, absolut. Ich weiß nicht. Also ich lade dich auf jeden Fall ein, auf eine stabile Reise. Warum nicht? Okay, dann komme ich mit. Ich bin travel-lustig. Ja, nochmal. Also einfach mal Aspekt. Vor allem, das ist in Bologna, Alter. Schön, so weißt du, in der Mitte von Italien, Herzen, alles los. Und ganz ehrlich, ich bin auch für Smash da, natürlich, weil ich Bock drauf habe. Aber ganz ehrlich, ich bin natürlich auch für den Aufenthalt da. Weil es gibt keine bessere Ausrede, als, ja, ich gehe da für ein Smash-Turnier hin. Aber so wirklich viel daddeln, mache ich eigentlich nicht. Ich bin auf jeden Fall eher so der Typ für, ja, lass mal einfach mit den, mit den Smashern, mit denen, mit denen ich mich angefreundet habe, wir haben ja schon vorher gesagt, die ganzen Fahrgemeinschaften, einfach mal erkunden. Und das finde ich jetzt immer das Geilste. Ja, bist du eigentlich viel am Spiel? Smash Bros? Nicht mehr so sehr. Also am Anfang schon, so wer nochmal die Zeiten kennt, so die Top-8-Falko-Tusos, war auf jeden Fall kein Geheimnis. Also der Mann war stabil mit dem Mega-Man. Die Zeiten sind allerdings vorbei. Ab und an zocke ich noch den Zephrot zu, aber Commentate macht halt mehr Bock. Und ich sage jetzt, auch mit dir macht mir gerade richtig viel Spaß. Ja, natürlich. Also ich bin ja total erfahren hier in Smash Bros. Ach, ganz ehrlich, zur Abwechslung, ganz ehrlich, zur Abwechslung, tut es mal gut, wenn du einfach jemanden aus, nicht nur anderen Sport hast, sondern einfach jemand, der mit einer ganz offenen Perspektive dieses Spiel mit mir kasselt. Ja? Ja, ich finde das was Neues, weil ich kann dir halt Fragen stellen, die kann keiner wirklich so beantworten, wie du, einfach weil jeder das Spiel kennt. Weißt du, wenn ich halt so sage, so hey, wie siehst du das jetzt? Dann ist deine sehr, ich sag mal, ja unerfahrene, so eher unschuldige Perspektive genau das, was man manchmal hören möchte. Oh, okay. Könnte ja auch nice. Deswegen hoffe ich auch, dass es den Leuten im Chat gefällt, denn das nächste Matchup steht nämlich schon direkt an, nämlich Dreikis gegen Boo. Boo tatsächlich einer, der ein Upset hingelegt hat. Es wäre eigentlich Sergio gewesen, Bielefelder Terry-Spieler. Ja, der wurde von Boo gefetzt. Ja, nice Cam-Ansicht, hier wird auf jeden Fall gerade noch vorbereitet. Ja genau, ein bisschen, ein bisschen Warm-Up-Anschließung. ähm, ich muss sagen, die Frise von Boater, die ist stabil. Ja, riesenlast, ne? Also, nimm die hier ihre eigenen Gamepads auch mit oder kommen hier einfach welche Leute hin und sagen sich, du, ich schreibe mir einfach alles aus, aber ich finde ja, wenn dann so einer wie Tarik ist, hier Top One, dann nimmst du dich doch sein gesamtes Equipment mit, oder? Naja, also jeder. Also die Faustform ist halt wirklich so, jeder nimmt seine Switch mit meistens und jetzt ja auch, ne? Ist ja das coole an der mobilen Konsole. Genauso aber auch, du nimmst deinen eigenen Controller mit. Bitte, nehmt euren eigenen Controller mit. Es ist leider noch ein Thema, das es nicht jeder macht. Okay, weil ich finde auch, bei League of Legends machen die Leute es ja auch, Tastatur mitnehmen, Mäuse mitnehmen, ne? Weil das ist so sein Equipment, damit fühlt man sich heimisch. Das auch, ja, eben Komfort. Natürlich passiert das oftmals so, ja, ich hab meinen vergessen, kann halt passieren, sollte natürlich nicht. Dann leistet die halt von jemand anders aus, aber da darfst du dich auch nicht beschweren, wenn da auf einmal der Controller halb zerpfadzt ist, weißt du? Du reißt an, hast halt nicht dabei und dann denkst du einfach so, fliegst du früh raus, oh man, hätte ich meine eigenen Sachen einfach mitgenommen, ja? Ja, wäre ich wahrscheinlich weitergekommen, ja? Oder umgekehrt auch, mein Controller ist kaputt, ich brauch jetzt diesen Klassen von da vorne und alles schon gesehen, alles passiert, was ich aber noch nicht gesehen hab und du natürlich auch noch nicht, ist das jetzt kommende Match. Vor allem, weiß ich nicht, ich weiß ja nicht mal, wer Bu ist, also der Bu hat ja jetzt so einen DSC-Tag, also in irgendeiner Community ist er auf jeden Fall heimisch, da kann Chat mich ja eben aufklären, offen hab ich's jetzt gerade nicht, aber bestimmt weiß irgendwer von dort, wer denn dieser Mann ist, denn was er verbracht hat, ist, also, ja, ein Sergio-Win ist mit 2-0 vor allem, passiert nicht einfach so. Ja, wir sehen das ja hier auf der Stage, unser linke Kollege auf jeden Fall, den ihr auch sehen könnt auf dem Bildschirm, der entspannt auf jeden Fall, guckt uns durch sein Spiel auch, sehr stark an, währenddessen der, ja, auf der rechten Seite, viel mit dem Handy zu Gang ist, durch die Playlist gehen, ja, bloß in die Augen schauen, lieber nicht. Ja, ja, bloß in die Augen schauen und ich sag mal, ja, so Musik kann dir auf jeden Fall aber einiges helfen. Was wirst du denn eigentlich für Musik beim Zock, also beim Tryhard? Hast du so eine Tryhard-Playlist, jedem was in der Richtung? Boah, hätte ich gesagt nicht, also ich, ähm, ich höre eigentlich wenig Musik, so. Früher, wo ich selber Pro-Gamer war, da habe ich mehr so, ja, Pop gehört. Ah, okay, also ganz gespannt einfach, in den States zu kommen und ich sehe auch schon, Boo. Ach, warte mal. Ja, doch, jetzt sag ich mir auf einmal, jetzt wo ich die Minmin sehe, natürlich, Boo ist, glaube ich, sogar auch ein Hessener. Das ist einer, der auch schon mal auf Uni Smash Absets geleistet hat, der, glaube ich, auch auf TGM, also das ist ein Spieler, der ist auch nicht so bekannt, aber hat auf jeden Fall schon ein paar Namen da in seinem Gürtel. Ja, jetzt macht alles Sinn. voll mit der Minmin, gegen Sergio, oh, jetzt macht es sehr viel Sinn. Ja, das 2-0 ist vielleicht doch nicht so überraschend. Ja, 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 okay, ja, krass, ja, ja, das, kurz vorweg, das bekannter an Lucado ist, je mehr Prozente der hat, desto stärker werden seine Muffs. Also er skaliert. Ja, okay. und genauso auch wenn ein Stock hinten liegt, also der ist Early Game richtig schwach, hat so seine Kombos, aber jetzt, der geht für Power. Seine Autos 4, sein Projekt Kiel, sehr Standard, wie hat Fett, ne, guck mal, wie fände es sich schon aufliegen, die Power, man hört es ja auch schon. The Minmin allerdings, sehr gut im Killen und, uh, okay, hm, von Doe weit weg, machst du es nicht nochmal. Der Up-Smash ist leider eben auch ein Deflect, ein Counter und, äh, ich sag mal, anders als so eine Yasser Windball, das Ding ballert auch zurück. Schönst davon, Wu und, oh, bisher aber sehr schönes Pacing und, äh, Trikes, wo sich da ein bisschen reingewöhnt, Minmin, auf jeden Fall kein fremdes Match, auf jeden Fall, was er normalerweise auch geregelt hat und trotzdem scheint er hier gegen Bu zu struggeln. Wu macht das passieren auf jeden Fall erstmal sehr clean. Richtig nicht mitgerechnet. Ja, auf jeden Fall die, äh, richtige Playlist ausgewählt. Ja, Wollte sagen, als Mimbel, ey, vielleicht so, ist krass, also er sieht mir auf jeden Fall mehr so aus, wie einer der, vielleicht auch so in der Richtung, vielleicht Hip-Hop, ja, nicht, oh, und da habe ich ein bisschen Energie, ne, Hip-Hop, auf jeden Fall Hip-Hop, 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 ja, dann schiebt er sich gleich rein. Genau. Äh, so, aber trotzdem, Trikes hat jetzt nur noch eine Zeugübersicht gegen zwei. Im normalen Lingo, ähm, sehr schlecht ist die Situation von Trikes, aber dadurch, dass er Lucado spielt, hat er eben diesen Scaling-Aspekt. Ab jetzt wird Lucado nur noch stärker. Solang er noch am Leben ist, muss Min Min also aufpassen. Weiß er natürlich auch, und geht deswegen ja auch ein bisschen defensiver vor. Okay. Timing ist da, und man sieht's auch schon, Bu in der Player-Camp, ne, der weiß, was Min Min stark macht, der weiß, dass es on point sitzen muss, und, äh, Ja, ja, der geht erst mal hier auf, Ja, bald zurück erst mal, schau sie ein bisschen an. Ja. Weil er es genau weiß. Ja, ja. Absolut, ja, und ob er jetzt eben Hip-Hop oder Gaming-USD ist, Da hat er ihn erwischt. Boah, er hört auf jeden Fall genau die richtigen Tracks. Sehr stabiles. Richtig im Gesicht rein, wunderbar raus. Boah, das ist toll, Alter. Ey, wir sehen so viel Gewalt in Smash, Alter. Weißt du, du hast so, 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 so Megawatt heißt das, weißt du, das Ding kann sich elektrisch aufladen, und das ist eigentlich ein, ja, runder Amboss, könnte man sagen. Er kommt dir mit so viel Force rangeflogen, und der, der in der Physik aufgepasst hat, weiß, dass, äh, da kannst du noch so heavy sein, wie's geht, du bist weg vom Fenster, Alter. Und genau so gegen Strykes. Gone. Just like that. Und, äh, erstes Game, sehr stabil für Boo, was mich sehr freut, denn, äh, Minmin ist ein Charakter, hat nicht viele Fans, ähm, sehr zoning heavy, sehr viel Range, man sieht ja auch schon, ein bisschen Toxic auch, aber finde ich, ist wichtig für das Meta-Game, denn manchmal brauchst du auch eben diese, ich sag mal Toxic-Charaktere, um halt eine Meta voranzubringen, weil man dagegen Lösungen entwickelt und die Spieler daher auch eben besser werden. Bin echt gespannt, ich glaube, in Gravy wird auf jeden Fall jetzt ein bisschen was anders machen, muss er ja natürlich auch, und, ähm, wird, glaub ich, auch einen anderen Charakter wählen. Oh, ich glaub nicht, also er ist ein Lucado-Connoisseur, also der Mann ist so main durch und durch. Geht auch weiter direkt? Es geht auch weiter, auch auf derselben Stage, die Stage war nicht entfällt, würde ich auch mit zustimmen. Ich finde, Lucado an sich leidet nicht unter dem Stage-Layout, aber natürlich spielt er so ein bisschen nach mit dem Tempo hier, muss also Early-Game ein bisschen mehr passieren. Äh, wie gesagt, für Strykes, für die, die ihn nicht kennen. Ähnlich wie am Commentary, der Mann, der hört nicht aufzudenken und zu reden, also das ist durch und durch ein On-Paper-Spieler. Keiner, der verrückte Sachen macht, wirklich das Match-Up studiert hat und, äh, Analyst hat, ne? Ja, ich kann mir vorstellen, dass Ray auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen sauer ist, auf jeden Fall jetzt ein bisschen aggressiver noch reingehen wird, denn dessen Buja auf jeden Fall ein Vorteil ist, er führt ja momentan ja auch 1-0. Genau, also das Momentum ist da, und man hat's ja schon gesehen, der war auch gehypt, der ist konzentriert und hält den Lucado erstmal hinten. Und wir haben schon gesagt, ja, Lucado ist mächtig, aber dadurch, dass diese Autosphäre, sein Projektil wegfällt, durch den Konter am Anfang, das Game bewegt sich in der Richtung, die Bu jetzt scheinbar sehr gefällt. Auch hier wieder ein Hit, der so nicht passieren sollte. Schön geschildert hier von 3 und, äh, ja, ich sag mal, man sagt's ja gerne, alle guten Dinge sind 3, er assiste schon in seinem Tank, er möchte dieses Game 3 haben, doch Bu erlaubt es ihm nicht auf dem einfachen Wege. Erneut wieder früh im Lead, schönes Movement, er macht es ihm so schwer und klar. Einfach Wahnsinn, der Spiel hat sich einfach so sauber runter, so clean von ihm hier, und Ryan weiß einfach nicht, was er dann gegensetzen soll momentan noch. Aber seine Stärke kommt ja erst noch. Zum Ende hin, dann, ja, genau, we scale, ne? Genau, ja, ja. Ja, was für die einen, äh, eine Hoffnung, das ist eine Win-Kondition, das ist für die andere vielleicht noch ein bisschen kopium, ne? So dieses, ja, okay, du kannst scale schön und gut, aber wenn Min dann jetzt schon wieder drei Stocks voller hat, dann kommst du da ja nicht ran. Schöner Hit, wohl, sehr, wow, so, das war ein sehr wichtiger Reverse von By-Recover, und, wow, hast du gesehen, wie fett dieses Projektil war? Ja, am Anfang noch so klein und jetzt, wo er bei fast 100% ist, das Ding ist mächtig. Okay, und ich mag die kleinen Autos, wenn das gekontert wird, dann ist es halt nicht besser, weißt du? Einfach einfach so ein bisschen, so, weißt du, damit man ein kleines Projektil hat, so ein Hadouken, weißt du? Okay, findest 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 du? Ja, das war gut gemacht. Ja, das war gut gemacht. Er hat auf jeden Fall jetzt ein Mitchell gefunden, wo er ein bisschen, ja, besser mit klarkommen, glaub ich. Glaubst du, bei Trikas hat sich in der Mantle was getan, dass er jetzt so viel langsamer, aber auch proaktiver spielen kann? Ja, klar, klar, klar. Mann, das geht auf jeden Fall so ein Länger. Ach, okay. Okay. Okay, ja. Und das Pacing, ich würde schon sagen, das war ein Moment, wo ich gezeigt habe, ob ich jetzt komplett zustimmen, aber, ne, das war natürlich sehr an Fortschritt gelaufen, wo auch hier wieder einen ziemlich prächtigen Glied, und jetzt, ja, Lukas ist es doch behind, aber solange die Prozente nicht rot sind, ist der nun mal schwach. Mal das ein Chase. Ja? Auch ein Slide-Pand ist schöner Dauntilt. Gut, ich mag das Check-Up. Ist jetzt nicht für was Wildes gegangen, will erstmal gucken, okay, wie bewegt er sich denn in dieser Situation, damit er nächstes Mal für den Kill pushen kann. Was macht Ray jetzt? Heiß. Ja, gut gemacht. Ein bisschen Mindgames auch hier wieder, diesmal bleibt er. Ah, Downsmash-Connect nicht ganz, die Ideen sind aber da bei Tri. Kein Punish. Sehr viele Nairs, sehr viel Moven, sehr proaktiv von Boo und vielleicht braucht Boo genau diesen Schaden. Sehr schön, das Bit. Okay, Recovery ist da. Ohhhh! Da hat er ja. Damn! Okay, der Pop-Off. Da freut er sich auch, Kollege, oft. War das, oder? Ja, so Ecke Hessen. Irgendwas aus der Ecke, Alter. Und das ist schon... Schaut euch das Mann. Das ist doch wunderbar, oder? Der Mann hat so viele Upsets schon hingelegt. Ich fass es ja nicht, weißt du? In Hessen geupsettet, Sergio geupsettet, was mich nicht überdreht, weil Sergio gegen sowas suckt. Und äh, ja guck mal, der hat seine Fels haltet, die feiern den. Unglaubliche Bilder spielen sich hier grad ab auf der Stage. Also, du musst ja wissen, Traikes, der ist, also Traikes ist jetzt vielleicht jetzt keiner der Tops in Deutschland, aber der ist gefährlich aus Niedersachsen. Ebenfalls ein Spieler, den du später im Bracket erwarten solltest. Er ist doch auch eher ähnlich wie Slipknot und Sergio-alike, befindet sich im Losers. Und äh, die Qualität, die steigt und äh, ich würd sagen, das hört auch so schnell nicht auf. Ja, vielleicht ist das heute sein Tag und ähm, der rein geht ja einfach mal so durch, oder? Ja, ich würd schon sagen, was macht so ein Win denn mit einem, ne? Da kannst ja wahrscheinlich auch aus Erfahrung sprechen, ne, aus deiner Pro-Karriere, ne? So, wie nimmst du jetzt diesen Win mit? Bist du da jetzt, äh, ne, vielleicht ein bisschen, ein bisschen unvorsichtiger dadurch, oder wie verarbeitest du das denn jetzt? Also, das waren ja früher noch ein bisschen, ja, andere Zeiten. Das stimmt, das stimmt. Sponsortrog extrem stark gehabt, weil, wenn man Pro, wenn man überhaupt einen hatte. True, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das und ähm, aber wie nimmt man das mit? Also, ja, also, ich war eigentlich immer der Typ, der eigentlich dann einfach rumgelaufen ist, mit einer Flasche Wasser in der Hand, ja. Und, ähm, ja, Gegenspiele dann auch angeschaut hat, was machen die eigentlich, wer ist mein Gegner? Okay. Und, ähm, ja, sowas halt eigentlich. Bist du im Headspace so, ja. Ich hatte auch welche gehabt, die waren echt so mentalmäßig mit Kopfhörer, Musik drin, wie wir es eben auch schon gesagt haben. Bei ihm ja auch drin, ja. Ja, und, ja, was würdest du denn machen? Das ist halt das Ding, weil der Mann, der war ja gerade so richtig in seinem Flow, ne. Ja, genau. So Musik gehört, ne, ich frag ihn auch gleich, was er gehört hat, denn da war anscheinend auch was dran. Aber sobald das Game vorbei war, alles weg, alles raus, Pop-Off, direkt Energie, wirklich kenntlich machen. Ich denke mir aber natürlich zum einen, du nimmst sehr viel Momentum mit, du weißt alles, was du machst, ist bisher richtig und wird von auch starken Gegnern nicht wirklich getestet. Heißt also, okay, du machst erstmal weiter und nimmst das ganze Moment für Winnerside mit, weil wenn du dann eben gegen Spieler zockst, die, ich sag mal, erwarten dort zu sein, so zum Beispiel jetzt ein Tadekar mehr erwähnt, der erwartet dort in Winnerside, oder so ein Sir John, so der weiß, okay, das ist ein Minimum, sich hier zu qualifizieren. Während das für einen Boom eher so eine Überraschung war, das heißt, er könnte dieses Wilde mitnehmen, wo er dann aber wiederum aufpassen muss, dass er sich nicht in falsche Confidence liegt, ne. Ich glaube aber, dass er mit Minimum einen Charakter hat, der, ich sag mal, sobald er ins Game sich setzt, ist er wieder konzentriert, alles außerhalb ausgeblendet. Das Eklige ist ja auch, wenn man Favorit ist und man trifft auf einen, den man gar nicht kennt, hä, was ist das für einer und du weißt ja gar nicht über seinen Spieltyp Bescheid. Da musst du zeigen, was den Favoriten zum Favoriten macht, ne, um so eben genau gegen solche Spieler klasse werden. Man kann natürlich automatisch erwartet, dass er dann gegen den gewinnt und der andere weiß das auf jeden Fall dann auch und der kann dann natürlich ganz cool auftreten und dann einfach mal genießen, ja. Und dann mit ein bisschen Sicht aufs Bracket, ne, wir sehen ja schon, die Games haben wir gesehen, bisher so, wie zu erwarten, Muk gegen OJ Jason auch 2 zu 1, also Holland ist noch am Leben, Solo genauso hat gegen Tails gewonnen, die ebenfalls eine sehr starke Showing hatte. Solo natürlich, ne, wenn man schon aus Niederlande kommt, aber will man auch zeigen, ne, was man hier gemacht hat. Genau, genau, dass man, wir werden ja auch so abtreten, ne. Genau, ja. Und dann, wir werden ja auch so ein bisschen in der Zeit, Buu wird dann eben ebenfalls in der Zeit sein und ich sag mal, die Match-Ups bisher, Tardic, JNK, Muk, Lucifer, Sejon, Buu, Otec gegen Solo, also, das haben wir ja schon vorgelegt. jetzt nur noch Losers, wird da noch etwas hinterher kommen und ich würde sagen, ich denke mal wir können, ich gucke mal welches Match können wir denn gleich nochmal ansehen so ein paar sind ja noch ongoing ah, OG Jason gegen Punchy, die können wir noch on stream packen, genau mache ich da auch mal, stream machen wir so, ein bisschen zack zack Osnar Gaming, damit wir jetzt auch mal in die Losers Zeit gucken können, denn das hat nochmal eine ganz andere Story, wir haben ja jetzt die ganze Zeit gesprochen von ja, wer in Winner Side bleibt Momentum all dies, so jetzt haben wir nur Spieler, die kassiert haben, also die zumindest einmal wirklich den Boden gewischt bekommen haben und jetzt nochmal sich beweisen müssen, okay das möchte ich korrigieren das darf so nicht bleiben von daher spielen OG Jason und Punchy eigentlich schon wir können in der Zwischenzeit auch einfach schnacken, ein bisschen Wasser trinken wir machen einfach das, was wir am besten können genau, da würde ich dir natürlich zum einen die Frage geben wie gefällt es dir bisher? Ja, also so einfach Spectator Experience natürlich auch so nicht unbedingt zum Kommentieren, aber so wie gefällt dir diese frühe Qualität vom Spiel? Ja, also ich kam hier ja heute hin und ich war ja erstmal so Stand Null, mehr oder weniger aber ich, klar, ich habe schon gecastet aber das war natürlich für mich komplett neu, alles fremd ich kenne die Spieler nicht, ich kenne den Ablauf so nicht, weil das ist ja auch bei, ja, von Game zu Game anders und ja, weil ich dachte mir einfach ich gehe erstmal ganz entspannt hier hin und mir gefällt das eigentlich ja extrem cool ja, ich finde die die Community ist mega cool hier von den Leuten also auch also die feiern, fiebern mit ein bisschen die dann